Ich wurde letztes Mal in den Kommentaren von einem von euch gefragt, ob ich auch mal ein Spiel spielen kann mit Handtracking. Darauf habe ich nur ganz doof geantwortet. Es gibt gar keine Spiele mit Handtracking. Ja, was soll ich sagen? Ich habe mich geirrt. Das ist auch irgendwie deine Schuld. Ich meine, du kannst auch nicht jedes Wort glauben, was ich sage. Ich bin auch nur ein schwarzer Mann, der versucht irgendwie seinen Dollar zu machen. Auf jeden Fall hat mich die Idee des Handtrackings nicht mehr losgelassen. Kann ich jetzt hier auch irgendwas? Scheiße, ich bin weiß. Alter, das funktioniert wahnsinnig flüssig. Wie? Das ist richtig, Mond. Ich kann nicht nicht ausstehen. Verdammt, wir müssen das Spiel im Stehen spielen. Das hier ist alles ziemlich ungewohnt, aber ich finde das so geil. Warte mal. Okay, nochmal ganz langsam. Was genau ist da passiert? Wie? Alright. So wie ich es in dem Spiel verstanden habe, sind hier verschiedene magische Ultensiv... Das fühlt sich alles so komisch an zu greifen. Was passiert, wenn ich da rein... Okay. Ich plansche mal ganz kurz. Ein grüner Stein. Why are you using two ingredients of the same kind? Try another type. Alter, okay. Das war gruselig. Wir probieren es mit dem hier. Try another ingredient. Oh, der Totenkopf redet mit mir. Ich verstehe. Ich soll nicht mehrere von diesen Kristallen auf einer verwenden. Deswegen nehme ich einfach mal das Auge. Komm schon. Was passiert jetzt? Anscheinend gar nichts. Wow. Ah! Okay, ich mag das Spiel irgendwie nicht. Irgendwie ist das gruselig. Verdammt, da war ein riesiger weißer Mann. Das ist noch so schwer mit dem Handtracking. Was passiert hier? Was? Ähm. Was passiert hier? Ich soll ein Feuer in meiner Hand erschaffen. So? Oh mein Gott. Wie geil ist das denn? Bitte. Ich muss doch diese verdammte Vase treffen können. Meine Fresse. Es ist doch ziemlich schlecht. Wir haben es hinbekommen. Oh. Das Ding da oben dreht sich. Was soll das bedeuten? Ich habe absolut keinen Plan. Mal sehen. Was können wir denn noch machen? Es gibt so viele Sachen zum Verbinden. Irgend so eine komische Wurz. Alter. Ekelhaft. Clear Magic. Okay. Jetzt haben wir keine Magie mehr in der Hand. Die muss ja auch irgendwas machen. Oh Gott. Was soll ich denn verbinden? Kann ich... Oh. Ich habe irgendwas getan. Ich habe da was in meinem Gesicht. Whole Sideways. Oh. Was? Was ist das? Oh. Ich kann damit schießen. Wie geil ist das denn? Okay. Ich treffe mal genau dahin. Oh. Da ist eine kleine Zielscheibe. Ich bin ja besser als Robin. Alter. Okay. Das war creepy. Wir haben hier eine Kugel. Ah. C. 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 Okay. Ich habe es geschafft. Oh mein Gott. Wo bin ich? Verdammt. Da laufe ich niemals rüber. Das sieht auf jeden Fall ziemlich tief aus. Ich habe nichts mehr gehört. Erfolg. Oh cool. Ich habe einen Erfolg freigeschaltet. Wie nice ist das denn? Was haben wir hier noch so? Aber hier unten ist doch irgendwas drin. Vielleicht ist das für den Giganten da draußen vor meiner Tür. Kann ich da rein machen? Da passiert irgendwie nichts. Da ist einfach nur ein blauer Saft. Oh. Okay. Wir können uns sehr... Werde ich größer? Oh mein Gott. Was? Verdammt. Wie klein ist der Trank in meiner Hand geworden? Wo ist der Gigant hin? Ich möchte jetzt gegen dich kämpfen. Ich meine, ich habe die Chance dazu. Oh Gott. Ich muss runter gehen. Ist das winzig. Oh mein Gott. Wir können jetzt Sachen zum Levitieren bringen. Okay. Dafür brauche ich die Magie hier. Ich glaube, ich muss die einfach da reinwerfen und dann aktiviere ich sie. Okay. Wie genau funktioniert das jetzt? Ich kann... Ah. Wie geil ist das denn? Okay. Ich kann verschiedene Sachen ranziehen. Oh verdammt. Hier fliegt ja irgendwie alles. Oh mein Gott. Ich brauche hier auf jeden Fall Ordnung. Oh. Ich wollte keine Blitze machen. Oh. Sorry. Oh. Wir haben hier andere Noten. Äh. Komm schon. Oh. Das bringt mich in eine andere Welt rein. Mal sehen, wohin wir diesmal kommen. Oh Gott. Ähm. Ein Kerker ist nie gut. Wir haben ein Schwert. Was soll? Oh oh. Okay. Ich möchte hier weg. Oh nein. 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 Ich will hier weg. Ich will hier weg. Hallo. Oh nein. Was auch immer du bist. Lass mich in Ruhe. Bitte. Auf sowas habe ich keine Lust. Oh. Ähm. Nee. Gegen eine Katze kämpfe ich nicht. Du hast mir umsonst Angst gemacht. Verdammt. Okay. Es gibt noch so viel mehr, was wir hier erkunden können. Vor allen Dingen haben wir bisher noch fast gar keine Zauber freigeschaltet. Ey. Du bist ja wieder da. Okay. Alter. Das sieht nice aus. Was ist das? Ich habe absolut keinen Plan. Oh. Okay. Wir sind aus dem Käfig rausgekommen. Was genau sollen wir jetzt hier tun? It's crouching. Luke. It's crouching. Luke. Verdammt. Der kommentiert alles, was ich tue. Enough. The creature borrows me already. Enough. Let us observe, was it does with the Optics of Transcendence. Raise the pillars. Okay. Was genau? Ähm. Ich habe ein bisschen Angst. Jetzt no joke. Was ist das? Oh. Magic. Das ist Magie. Das ist Magie. Was haben wir noch? Oh, verdammt. Das waren sie extra. Tut mir leid. Und das ist das Letzte, was wir haben. Ich habe keinen Plan, was wir damit tun sollen. Ich setze es mir auf den Kopf. Oh. Okay. Das ist creepy. Verdammt. Kann ich das in die Hand nehmen? Und in die Hand gleichzeitig? Da ist jemand vor mir. Ich habe Angst. Erfolg freigeschaltet. Immerhin. Hey. So. Wir haben jetzt diese Kraft. Die bringt mir so viel. Wir müssen ein paar Sachen ranziehen, weil es hier so viele random Sachen gibt. Was ist das hier für einer? Das hier ist ein Sight. Okay. Interessiert. Oh. Das ist das hier. Ich habe jetzt Augen auf den Händen. Nice. Die gefallen mir. Hallo. Ich bin's. Hey, verdammt. Was passiert, wenn ich es über mich mache? Oh. Ähm. Okay. Nochmal. Passiert da was? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Lass uns doch was anderes ranziehen. Wir haben ja die Kraft noch. Eine Wunderlampe. Okay. Das ist interessant. Was können wir mit einer Wunderlampe anfangen? Ähm. Bleib mal bitte hier. Während ich meine Magic cleare. So. Jetzt habe ich keine Magie mehr. Und wir haben die Wunderlampe. Oh. Kommt da was raus? Hallo Geist. Nö. Oder? Na gut. Es gibt noch mehr in dem Spiel zu erforschen. Aber ich finde das ehrlich gesagt mit Handtracking. Oh. Tut mir leid. Noch ziemlich, ziemlich anstrengend. Ich glaube mit Controller ist man da echt besser dran. Aber wir haben es mal ausprobiert. Es ist was Neues. Ich freue mich über alle neuen Sachen, die wir erleben, Leute. Lasst gerne ein Like und ein Abo auf dem Video da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.